Hallo Kinder! Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr mithilfe von wenigen Sachen eine schöne Wolke mit Regenbogenfäden basteln könnt. Dazu braucht ihr nur einen halben Kreis. Dafür könnt ihr zum Beispiel einen Pappteller nehmen und ihn in der Hälfte durchschneiden. Dann braucht ihr noch Watte und Seidenpapier in verschiedenen Farben, was ihr dann in Streifen schneidet. Als allererstes nehmt ihr euch einen Klebestift und fangt dann an den Karton zu bekleben, damit ihr gleich die kleine Watte draufkleben könnt. Dann könnt ihr die Watte noch auseinanderziehen, damit zwischendrin keine Lücken entstehen. Der zweite Schritt ist dann, die Papierfäden zu nehmen und sie unten an die Wolke dran zu kleben. Dabei könnt ihr natürlich selber entscheiden und auch variieren, wie ihr die Streifen aufkleben wollt. Zum Beispiel so wie ich immer die gleiche Farbe nacheinander oder total bunt. Ihr könnt gerne diesen Mittwoch bei uns in der Villa vorbeikommen und euch die Tüte mit dem Baskiermaterial abholen. Da ist dann die Watte dabei und die bunten Streifen und auch der Halbkreis. Wenn ihr fertig seid, könnt ihr eure selbst gebastelte Wolke dann ans Fenster kleben.